hallo und herzlich willkommen zu dead by daylight ne spaß willkommen zu arg ich spiel heute mit dem stefan hi stefan wie geht's dir hallo gut und selber mir geht's bestens ich spiel endlich wieder arg mit meinem body mit meinem brau nehmen wir es mal brau oder genau wir sind sehr identisch sich unsere wir haben jetzt ein paar andere einstellungen eingestellt leben wird zwar abgezogen bei uns aber nicht so viel dann gedränge und essen komplett ausgestellt ist nervt nämlich und noch aber anderen sachen zum farmen etc das ist ein höher ist man möchte natürlich irgendwie vorankommen und nicht dauernd sterben stefan anwesend wenn du jetzt rechts schaust nach auf diesen hügel weiß weiß was es ist für ich könnte es gefährlich für uns werden okay wir schauen uns einfach mal an da läuft es sieht aus wie ein sakosuchus es ist einer es ist ein sakosuchus gab sie schon den ersten ja kommst du kurz mit ich haben perfekten lagerort also zum verbleiben erst einmal das ist hier perfekt bei den anderen 100 auch schon gesagt aber jetzt man ist wirklich die höhle habe ich dann nicht gesehen wir gehen ganz sicher nicht in eine höhle wo voller pflegermäuse und spinnen sein wird das zurecht ist voller widerlich die spinnen hier in arg ist echt ja es ist alles eine zweite geile fisch wo du da gefunden hast also so ein roboter fisch was kann man damit machen in forser genau es ist schon mal gut dass wir sowas haben kristallort fragment stein kristall mehr brauche ich davon glaube ich erst mal nicht hier sind wenig dinosaurier genau deswegen ist es auch ein guter spot wo wir denn anfangen damit wir erstmal damit wir waffen haben weil sonst überleben wir hier keine minute länger das stimmt ich sehe ich sehe ich sehe es jetzt schon kommen dass ich gleich überladen bin toll ich werde mir einfach mal die spitzhacke verreckt bitte das jetzt echt noch ich weiß gar nicht was wir alles wir haben so viel zeug gebraucht und jetzt mal ich weiß gar nicht mehr was wir alles gebraucht haben deswegen nehme ich gerade einfach mal alles mit okay aber jetzt kommt ja alles wieder das erste anfang ich kann hören dass du irgendwas kaputt magst aber ich kann dich nicht ich bin jetzt erwischt das ist Metall das war noch mal das wichtigste was wir gebraucht haben ich hab das war mit auf jeden Fall Metall ähm alle geil äh was haben wir dann noch gebraucht Öl vieler näher das wird auch wieder schwierig wir müssen erstmal wasser finden wozu ähm wozu brauchen wir wohl wasser wenn wir wasser finden können wir Öl finden ja oh also wenn man von der stop 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 wir sind hier gef gebiebt stop stop das sind drei geil ich weiß aber da sind noch welche ok riskieren wir es die Viecher kommen ja auf jeden Fall bekannt vor die sieht aus wie ein Kaposukos weil ich so ah ist das ist das Megalonia ok das ist schon Megalonia das war ich hab gedacht du wirst umgefallen also doch nicht so safe hier also doch nicht so safe hier ne ich will hier raus oh Metall weil mit Metall können wir ja Metallbarren herstellen stimmt Metallbarren sind wichtig ja deswegen rote ich hier gerade alles Metall ab was ich finden kann und dann so schnell wie möglich wie weg hier ich bin die ganze Zeit nur am Husten ja ich auch weil ich da schon wieder Alter was hast du hier wieder für ein Scheißgebiet ausgesucht ey oh Gott sind die Fische überhaupt nicht Alter das Fisch hat mich gerade geschnappt okay ja genau Leder 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 Aua und irgendwie leckt es wieder bei mir ich glaube man muss einfach nur mal still stehen und dann hört sich hört dieser Totenkopf dann unten auf ja es dauert noch ein paar Sekunden das sind keine Formen da kannst du noch so lange rumstehen du kannst noch laufen die Zeit geht auch weg oh ich bin übergelegt ich hab natürlich jetzt wieder viel zu viel zum Tragen vielleicht hilft Wasser was oder oder wir müssen auf jeden Fall hier weg vielleicht vielleicht warte mal kurz ich muss jetzt erstmal das ganze Fleisch rauswerfen weil ich hab zu viel davon ja okay ich bin jetzt bei 60 gut wie ging das jetzt nochmal leeren alles fallen lassen ich glaube ich bin krank ich glaube ich bin krank oh cool ich hab Schettin ja das kommt immer und immer wieder vielleicht weil mir auch heiß ist ich hab keine Ahnung hier hier sieht auch ein guter Spot aus weil hier Sachen von Kaprosukus doch da hinten ja aber ich würde dann doch erstmal lieber ein weiter schauen wenn wir hier irgendwie rauskommen oh das sieht aber richtig mega nice aus hier wow wow äh guck mal hinter dich Scheiße ich hab's gerade gesehen also ich bin nochmal weg ich geh mal den Wasserfall nach oben das will ich sehen du hast doch nicht mal hinterhalten da ist ein Weg daneben da ist ein Granotaurus da ist ein Granotaurus ich bin nicht runter bei mir wo bin keine Zeit zum laufen äh ich stecke hier gerade hin okay die fetzen sich wieder die fleischfresser am besten wäre auch so ein felsvorsprung haben wir schon überlegt vielleicht finden wir da oben was also die krankheit geht echt nicht weg bei mir das muss doch irgendwo verstehend man das was man hat wo man das heilen kann das andere gruppe entdeckernotizen da steht gar nichts da muss ich jetzt mal warte mal wasserschlauch da gibt es doch sicher irgendwas fluttransfusion set vielleicht ist das keine ahnung mehrfach mehrflächen flagge kleines beet ich finde hier überhaupt nichts zum heilen das fängt ja schon mal gut an wir sind todes krank ja gut also stört mich nicht das geht hat auf die aufsdauer scheinbar stimmen rekenne auch hier was das heilmittel da steht um gelb blut hörner dreimal also brüchten drei hörner ein narkosemittel zehn seltene blumen und zehn seltene pilze also um das herzustellen und wieso bin ich jetzt auf einmal rot ja auch meine ausdauer knapp wird und das leben wird eigentlich besser naja wenn ich sterbe sterbe ich aber vorher wie ich das ganz besorgt jetzt langsam mal was suchen warte ich komme wieder bin eine minute da ich bin gleich tot nur damit das weißt ok 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 und habe keine ausdauer ich bin gerade unter druck einfaches bett kann man einfaches bett einfaches bett einfaches bett einfaches bett einfaches bett ja man zweimal wieder wie viel leben hast du noch noch da ok weil man verstehe ich gerade sehr schlecht hey wo ist es denn ok komm mit so ich habe einen plan dass wir zumindest da wieder spawnen können wo wir jetzt sind aber hier wollen wir sicherlich nicht hin wir können zurückgehen das sind wir diese lila dinosaurier ok pass auf ich glaube ja ich würde mal langsam ein bett herstellen wenn ich du wär bin schon dabei ok was ist denn das für ein bett ok 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 ich steppe am besten stellen wir direkt davor ich steppe direkt hier vor du kannst du machen was du willst ach fuck das war jetzt nicht die das war jetzt nicht die schlauste Aktion die ich je gemacht habe hast du überhaupt mal eine schlaue Aktion gemacht nein aber das macht es ja nicht besser ich muss ja mein Inventar noch holen ok weil das ganze Kiki und alles was es jetzt gibt Alter genau Kiki hatte ich gebraucht glaube ich für Waffen nee ah gut das habe ich überlebt äh ich komme gleich wieder ja ich will mal schnell eine Quarzen und dann können wir weitermachen also Leute ihr habt es gesehen ich bin grad echt neben zwei fleischfressende Dinosaurier gestorben da freue ich mich auf jeden Fall meine Sachen wieder zu holen zu können Leute ich bin immer noch krank wie kriegt man den Mist denn weg so 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 ok so dann ok jetzt kann ich ja wieder weg aber übelst komisch aha sind wir schon über 13 12 11 10 9 easy bei mir geht's weg da ist sehr gut ok also ich hier können auf jeden fall nicht bleiben obwohl moment mir fehlt hier auf jeden fall schon mal holz habe ich da ok also dort holen wir holst vielleicht brauche ich mir hier kleines haus gut es lauf ich wieder hoch hmm hmm so um gerade ein kleines gespräch gehabt aber weiter geht's ok funktioniert schon mal nicht was hat er denn also das gleiche wo ich habe ok ok oh nein ok 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 mit dem steffin geht es dann in der nächsten episode weiter